Yo liebe Leute damit begrüß ich euch zu einer weiteren Folge dadadada MW2 Sollen wir jetzt schon Autozuweisung machen? Ja Ja Autozuweisung So, Yannis und Yannis Ready? Du kommst nicht Oh ne jetzt ist 1 gegen 2, ok erste Runde Das ist die erste Fall noch Ey Yannis komm lass B gehen Weil da brauche ich Yuli länger So dann, was braucht denn Yuli bitte schon länger? Ja, er ist doch voll der Kink Oh Gott ey ich Terminal hasse Hält mir grad irgendwie übelst auf I hate Terminal wie die Pest Audi Pest Audi Pest Ja ich hasse hasse es sehr Oh lol der hat sich da hinfüffelt Es sehr Oh lol du bist doch da Paddy Der ist bei A hinter dem Die Bomber wurde plasiert Ok Ja komm 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 was machst du Was machst du? Ja komm schieb doch jawoll 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 Nein Ah My Grenade bitch War die mit reingeklebt oder was? Hello, da war Jannis auch! Bähähähm, jawohl! Warte, wat? Okay, ich hab's... Ich hab's... Ah, nein! Ah, fuck! Hi, Baby! Was? Also bei außen sind ich... Heiße, bei B! War mit dem Meister! Brauchst du nicht so machen wie in Troubled and Terraced, wenn man tot ist, dass ich nichts mehr sagen darf? Nee... Bei... 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 Sag mir noch wo er war! Oh Gott, bei B! Bei B? Ja, B! Okay... Er hat sich wahrscheinlich schon verpisst oder sowas... Ja, super, Juli! Oh... Ich glaub er hat sich gerade selber getroffen... Er hat sich nur pro zu A gerusht... Ja... Mann, Mama... Mann, Mama... Scheiße! Er war richtig geil! So ein Blümel... So ein Blümel... Lass... Fuck... Fuck... Der war scheiße... Juli hat dich an ihm eine halbe Stunde lang gesehen, der schießt einfach nicht... Ich dachte mir schon... Hä, was macht denn der, der jetzt schießt irgendwann oder macht der jetzt nichts oder wie oder was? Juli, du hättest mich auch messern können, ich hätte es nicht gemerkt, wenn du her gedacht wärst... Hey, was machst du bewegen? Das muss ich auch nicht bewegen... Kann ich auch nicht bewegen... Janis, jetzt kommt meine Super-Pro-Taktik... Immer von A nach B latschen... Mhm... Mhm, ich kenn die Taktik... Nein! Ja, jetzt bist du... Jetzt bist du... Ja, genau... Da müsstest du irgendwann gleich kommen... Mhm... Komm, 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 komm... Wuuuh... Wichtig... Der ist sicher wie im Haus drin... Kleine, kleine... Da ist ja, erst mal aus! Bei A... Wir sind im kleinen... Daneben... Also in diesem... Ausdauers... Warte, kann ich mal stören... Da du dir... Geht zu A, der ist bei A... Aber es ist doch nicht vorbei... Bitch, grüß... Aber mir hat's gar extremst geleckt... Und Janis hat mir von voll schnell geschossen... Nee, kann mir nicht... Haha, alles gut... Toll... Habt ihr alles gesehen? Er schießt erstmal ganz weit oben... Und dann zieht er ganz schnell runter... Gut, Petty, alles klar? Ah, nein... Ich hab keine Skills mehr... Was? Ja, warum ist meine Wacken... Das Ziel ist erstören... Ich hab keine Skills mehr... Mach was dagegen... Ich weiß... Aber es ist nicht schon lange... Weiße, scheiße... Was? Einer Gang... Äh, der geht... Äh, zu dir... War das der? Äh, äh... Oh, lol... Wo war der bitte? Wo warst du? Scheiß Assi, Alter... Scheiß Camper, Mann... Scheiß Camper! Scheiß Camper, Joli! Was hab ich jetzt für ne Scheiß Waffe, Alter? Oh, nee... Ja, du, wenn man die Klassen wechselt... Kann doch niemand was dafür... Du Lieder! Durchbucken! Neeeein! Okay, da ist er... Wir gehen jetzt 100% zu B... Ein ganzes jetzt! Wir gehen 100% zu B... Joliii... Bogo hinter dir? Hm... Der war beim Gang... Gerade eben noch... Ja! Scheiße... BTS! Kommand, beide... Boah, ich seh nix! Gut gemacht! Scheiße... Äh, wer ist Kleber? Irgendein Lappner... Ich red fast rein... Warum ist der hier drin, oder was? Ja, der war grad kosten... Suchet und zerstören! Wen juckt's? Dein... Ich sagte's immer nicht... Wir haben die Bombe! Uhhh... Raspi! Ey, bist du tot, Juli, oder was? Nein, nein... Aber fast! Ich hab mich einfach kein einziges Mal getroffen... Ich weiß gar nicht, was Juli hat... Aufklärungsdrohne online! Nein! Der war hinter mir, wo ich grad umgedreht gehabt, Alter! Ja! Der hat sich nicht anvisiert! Aaaaaaah! Es ist immer eine Ausrede! Der hat sich anvisiert! Aaaaaaaack! Vor allem... Er kassiert einfach mal anfangs übelst, die Scheiße! Ich weiß, aber dann hab ich nicht mehr Visier... anvisiert! Und ein bisschen... Keine Skills! Größer! Maaan! Scheiße! Ich hätte es richtig erwartet, dass Juli in dem Haus wiederkommt! Sollte ja! Ich hab' gar keinen Grund dafür! Boss! Nein! Das kennt er jedes Mal! Ich weiß das! Ich bin Juli! Okay! Das ist ein klares Ergebnis, würd' ich mal sagen! Scheiße! Der ist bei ja! Nein! Bin ich nicht! Patty, wo bist'n du? Ach du bist dann! Das sagt mir viel! Was? Ich? Alter Scheiß-Camper! Ganz ehrlich! Klar! Wie denn sonst? Ihr müsst platzieren! Lauf! Ich hab' mir wohl noch fast messern! Ich hätte dich auch noch fast gemessert, aber dann hast du im letzten Moment mich noch runtergekriegt! Also hättest du ein Schwung! I've becam'd you down! Bitch! Bitch, nigga, no! Ja, und ich! Ja! Keine Ahnung! Bei A ist einer! Ja! Sack aufm Boden! Wir enden die Mission! Du bist als Einziger übrig! Oh! Hä? Was? Ja! Bitch, please! Dass du mich erschreckt, ey! Wie weit du einfach weg warst! Leck um mir! Der Nahkampf-Style, alter! 3.0, oder wie? 3.0, oder wie? Einfach immer inzen da drauf schießen, alter! Du wirst ja fast decken wie armselig Cindy, bitte schön! Irgendeine Spiegeladen! Ja! Hast du? Ja, hast du! Ja! Fuck! Ich hab die falsche Klasse ausgewählt! Nein! Janis ist eigentlich immer bei A! Oder auch nicht! Nichts! Ich bin da weggegangen! Ich kann da weggehen! Ich bin da weggehangen! Oh! 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 Alter, war das ein schlechtes Aiming, Alter? Ich bin da fechtgehangen, Alter. Ich hab's gesehen, wie du dich weggekommen bist. Alter, gib dir das Aim, bitte. Hast du mich überhaupt nicht getroffen? Danach ein bisschen, danach. Okay. Ich bin fechtgehangen, Alter. Gibt's ja nicht. Aber wie hektisch du auf einmal geworden bist. Das war eh das geilste. Baller doch nicht da rauf, Alter. Geh lieber schnell zu A. Ohhhh! Äh, wie nennt man das Flügel da beim... Oh, ich bin nicht ganz klar. Nein! Nicht da! Nein! Was ist leer? Meinst du, ist es sicher? Wo ist der? Wir haben die Bombe! Oh! Eih! Wirangen bei einer Flügel! Oh! NNNNNN! Hachin! Oh! Nein! Fuck! Eine Sekunde davor. Ich wusste, was noch da ist, aber ich hab mir einfach gedacht, ja komm, wenn er sich Zeit lässt, dann mach ich doch mal für mein Ding, ne? Wir haben die Bombe! Hast du mich eine Sekunde lang in Ruhe gelassen, hätten wir sowieso schon lange gehabt. Hab ich aber nicht. Alles klar. I don't like it, it's shirr. Äh? Tepper. Jetzt. Ähm. Achtung, Juli. Nein! Ich hab den Gang lang. Die Bombe wurde flaschiert! Da! Oh, Scheiße! Ich hab ihn grad gesehen! Oh, geil! Für die nächste Runde! Lass mal die Eier schauen, ne? Hahahaha! Aber schön! Ich glaub, der eine Janis geht immer H und der andere Janis geht immer B. Ja. Und wir gehen einfach mitten rein. Ja! Eigentlich bin ich gerade ins Haus gegangen, als du dann an mir vorbezischt bist. Die Leute, der ist da oben? Wie kommt man denn bitte da hoch? Da sind Leute. Wo denn? Achso. Deine Seite. Fack! Nix! Äh! Nix! Bitch, please! Ja, doch einmal springen müssen! Sehen Sie? Boots, Boots! Oh, yeah! Alter, wird das wieder so spannend, oder? Und am Ende, wenn ich wieder 11-12 verlieren, wie jedes Mal im Durchspiel. Ich hab immer... Ich hab mit jedem Team bisher 11-12 gespielt. Und mit der kann ich am besten am Leben umgehen. Mann, ist doch scheiße, ist es doch! Feindliche Aufklärungsdrohne ist doch kein Bock mehr! Mann! Wer du... Wer du meinst du bist, hm? Scheiße, ich hab ihn gerade gesehen! Fuck, fuck, fuck! Nicht fluchen! Ich bei A. Ja! Er lag da! Geht grad durch! Was?! Ja, okay, wo war der? Der Lache ohne Witz! Ich hör das Aim und... Ja, ich hab meinen Aim-Ball dran putzen. Ja, Juli, er muss aber nichts mehr dran... Oh, man kann nicht schießen! Oh, lol! Du hast mich grad fast abgeknallt! Ja, ich hab ziemlich beschissen! Ah, ja. Stimmt ja. Du hast ja immer an. Mhm. Du musst mich auch das letzte Mal schön umbringen. Also, Außersehen! Ja, Außersehen! Einfach straight auf mich draufballern! Von hinten! Aufklärungsdrohne online! Du bist schon down! Ja, der hat mich von hinten gemessert! Ja, der hat mich von hinten gemessert! Der ist aber weggegangen! Der kommt von links jetzt! Oh! Le, guck's dir an! Guck's dir an! Warte! Was war das? Ich hab den Teak abgewartet! Und dann... Puh! Oh, Patty, warte, warte, stopp! Was ist das? Stopp! Boah! Alter, leck! Ich kenne mich auf die Eier! Nein, da ist Flugzeug! Nein! Ja, doch! Puh! Oh, nee! Oh, doch! Ich kenne mich auch hinter dich, weil ich weiß, dass... wie sicher wieder von hinten gemeldet. Puh! Hab ich gesagt... Boah! Behindertes Aim! Oh, Patty, lassen wir auch mal Kills übrig! Ja, klar! Ich hab 18, Junge! Ach so, okay, gut! Dann machen wir mehr Kills! Puh! Dann machen wir mehr Kills! Puh! Hey, wart ihr beide gleich, oder? Lein, der war doch vorher daneben. Äh, ich war eigentlich, ähm... Zeitenwechsel! Äh, Steuerung, äh... Nein, ich will doch gar nicht schießen. Oh man, shit. Ähm... Ähm... Äh... Ja. Einen Tick zurückstellen. So. Wollte mein Aim etwas in Ordnung sein. Bei B ist er, ne? Ah, nicht das bei B. Okay, es ist bei B. Alter, wie kann das sein, Alter? Du komische Schießen um Dacke, Mann! Aaaaaaah, nein, Juliii! Aber es ist noch nicht vorbei! Juli, du musst einfach lernen, schneller zu messern. Ja, toll, ja, pass auf! Dann will ich aufnehmen, dann... Ich glaube, ich habe sogar nochmal gemessert bei mir. Ja, hast du auch. Ich habe es gesehen gehabt. Das Ziel zerstören! Wir haben die Bombe! Nein! Ich habe den Kopf gesehen, aber ich wusste nicht, ob es das du bist oder nicht. Ich habe mich allein gestellt! Fuuuuck! Uli, pass auf, der ist da irgendwo. Ich habe ihn gesehen! Ja, ich habe ihn gesehen. Hi! Oh! Hi! Der ist hier irgendwo. Der ist bei B. Fusen! Der Fusen! Der Fusen! Der Fusen! Der Fusen! Da ist er! Da ist er! Nein! Der Fusen! Uli! Er skaffst du! Er kommt von dem Eingang immer wieder rein! Hä, sch hä, sch hä! Nein, verriss! Ja! wo ich sehe nicht und sehr zu spät ganz knicken heute ja für das dass ich nicht so gern das den modus spiel oh oh lol von wo andere spiel ach scheiße Penny, lebst du noch? Nein. Ich bin eine halbe Stunde mit hergerannt. Echt? Ja, gib dir. Ich seh sogar vor dir. Du hast ihn nicht gesehen. Nein. Okay, der war so hässlich, da wollte ich gar nicht hingucken. Ey, war gut gekontert. Okay, Janis, ich glaube, es geht zum ersten Mal nicht 11-12 aus. Ja. Das kann sich noch ändern, Junge, ohne Witz. Du kennst MW2. Echt? Spielchen. Was? Alter, das ist so. Das ist nicht mehr ernst. Okay, ja. What the fuck. Okay, gut. Vielleicht haben wir die anderen drei nachher noch mal Lust, eine Runde zu spielen. Also ich bin jetzt erst mal mit 4-Haut. Ja, okay. Wir verabschieden uns hiermit für diese Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fick doch, ihr Scheiß, du Kämmerer.